Kawabanga! Herzlich Willkommen zu Speedrunners! Hallo! Wie geht das Spiel? In der weiße Hai, Alter! Haierboost! Ich hätte trainieren sollen, äh üben sollen, meine ich. Wie duckt man sich nochmal? Auf oben! Knapp! Ah shit! Ja, wir spielen Speedrunners. Ziel ist es, so weit zu kommen wie möglich. Und die Feld wird immer kleiner und so weiter. Eigentlich kennen wir das, ne? Von früher noch? Das bin ich. Ja, ja, also... Früher! Ja, das ist schon ein paar Jahre her, ne? Ups, zwei Monate, ne? Ja, bei euch! Da war ich nicht dabei! Mach ich auch! Den mach ich nicht auch! Hallo, den Ehren, Mann! Für wen hältst du nicht? Ich glaub beim Mesh gab's, oder? Ich weiß nicht, ob's für mich das war. Weiß ich gar nicht. Also Speedrunners, Leute! Ne? Mit Speedrunners, Mann! Das, was wir im echten Leben nicht können, das machen wir hier im Spiel. Du hast doch gestern einen Kilometer gemacht. Ja, aber nicht schnell. Na gut. Allerliebe, ich hab mich zwischendrin mal gefühlt wie ein Schneller-Aber. Wie, wie ist das von einem Item an? Ah ja, aber... B. Schön gemäß zu tun. Bede-puh! Oh, Nö, wie gemein. Das hat mich ja selbst verletzt. Jungs, wartet doch mal auf mich. Ne. Was macht ihr denn? Oh mein Gott. Oh Gott! Wartet doch! Nein, ich hab selbst... Oh Gott! Nein, ist das unangenehm? Wuhu! Ja, alles gut. Okay, Leute. Wie wollen wir mit dem D-Line gehen? Oh nein, wartet mal ganz kurz. Oh, 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 oh. Oh, was war das? Wow, Jungs, bitte. Entspannt euch. Ihr habt genug davon. Hey, wartet doch mal jetzt. Fuck, 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 fuck. Ich weiß nicht mehr, wo es lang geht. Nein! Beide. Yeah! War doch unangenehm. Oh, so ein Startpunkt. Oh, shit. Warte, bist du das hier bei mir? Ja. Ja, der Start war kacke. Komm mal schon rein. Ja, der Start war richtig kacke. Danke. Kein Ding. Ich bin ja nicht so einer wie Johnny. Ja, wenn man gewinnen will? Ja. Der Killer ist ein weißer Hai. Ich rieche Blut und dann muss ich auch dahin. Conor will nicht gewinnen, Conor will dominieren. Dann macht er mir auch die Schranke auf, um mich dann fertig zu machen. Und dann bin ich weg. Oh, du ehrenloser. Oh nein. Ja, das schaffe ich nicht. So, guck mal, jetzt cooler Start, Bollo. Alle haben erst mal, wer das mal rutschen kann. Wie kann man denn rutschen? Oben, mit Dreieck. Ach so. Okay, das wusste ich auch nicht. Dreieck? Als ob du einen Playstation-Controller hast. Ja, bei den Symbolen denke ich immer an den Playstation. Das ist einfach... Ah, echt? Ja, immer. Hattest du überhaupt jemanden mit Playstation? Ja, ich hatte eine Playstation... Jungs, wartet doch kurz auf mich. Ich hatte eine Playstation 2, ja. What the fuck, Alter. Ich hatte eine Playstation 2 und mein Bruder hatte auch eine Playstation 1. Ich kenne auch die Playstation 1 Demo-CD, Alter. Gut. Aber ich dachte schon... Das war ein Gamer-Moment, könnte man sagen. Die Playstation Demo-CD, Alter. Ich weiß nicht mehr, wie der Sound geht, aber... Wollo, du hast übrigens auf RT, hast du Turbo, ne? Dein Busen ist voll. Ja... Mega. Ach, Wollo, jetzt bitte. Fuck. Die Kippe. Die eklige. Scheiße. Oh. Rastelrunde, Jungs. Oh, scheiße. Da dachtest du, ne? Oh, hat er verkackt. Easy und dann... Jetzt darf ich nicht... Jetzt darf ich nicht schocken. Sieht schon mal gut aus. Ha! Ich fahre ich nicht auf. Danke. Ja. Oh, Mann. Dominieren wir vorne. Oh, ich bin nicht raus. Oh, nein. Ich dachte, ich wäre raus. Ich bin auch plötzlich hier stehen geblieben. Hey, bitte. Oh, Turbo. Ach, nee. Was? Ich bin doch drin. Alter. Jo, der überholt mich, ey. Sack. Oh, das ist alles hoh, das ist... Sack. Komm, Mel, schaust du. Du musst die Ecke mitnehmen. Die macht dich schnell. Okay. Nein. Booster. Booster. Oh, das ist ein gutes Item-Luck, ne? Das ist halt Item-Luck. Das ist nett, ich brauche es nicht einsetzen. Ja, alleinige Präsenz ist ja schon... Hast du schon eigentlich gewonnen. Allein durch das Haben. Du kannst gar keinen Fehler mehr machen. Oh, Fehler. Ich hab dich eingesetzt. Nein. Oh, mein Gott. Oh, das war so an Lucky. So eine Scheiße. Dass der die Rakete... Aber hey. Ich hab mich mitgeschlagen können. Ja, war mal stark. Jetzt waren wir eigentlich dabei, oder? Jaaaaaaaa. Ich wollt mir gemeint sein. Ich hab hier gerade großen Spaß. Einfach, ne? Ich fahre mich innerlich. Ich dachte gerade kurz, du musst erst oben hin. Beim letzten Mal hattest du richtig Spaß. Oh, wie frech. Alter, Johnny, das ist einfach... Das war nichts Persönliches. Das ist einfach nur pure Frechheit. Das stimmt. Er ist das erste Mal nicht als Erster rausgeflogen. Nice. Ja. Du hast beim letzten Mal auch ein bisschen gebraucht, um warm zu werden. Und dann hattest du richtig Spaß an deinem Leben. Du magst das Spiel nämlich. Du bist nur immer so... Ja. Du magst das Spiel! Wollum mag Spiele eigentlich. Wollum muss gewinnen, um Spaß zu haben. Ja. Das tu ich hier nicht. Ist aber okay. Falsche Richtung. Wieso denkt ihr, dass man falsch rum startet? Ey, ich wollte mal in mir Boost nehmen. Achso, okay. Äh. Bester Bug, Alter. Oh nein. Oh, läst mich raus, Alter. Erstmal Johnny eliminiert. Ja, aufs Übelste. Oh, 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 oh. Du sollst auch mal das noch machen. Klar. Ah. Oh, die Mülltonnen. Hast du, dass in dieser Spur Beta drin steht? Ja. Ich hab das einfach weglassen, weil es funktioniert doch bereits. Nein, das ist für die Leute, die die Beta gespielt haben. Das ist für die Leute, die die Beta gespielt haben. Ja. Achso. Das ist einfach ein Skin. Okay. Ich dachte schon, die Spur wäre Beta. Nein. Nein. Und dann Scheißkindern. Alle den Scheiße fest. Das sieht halt echt schrecklich aus. Kann ich fehlen. Schau. Und mal hier auch mit deiner Negativität, ne. Geh mal weg, Alter. Ach, ich kann doch so viel Schwung machen. Wieso mach ich das nicht? Allein die die Beta gespielt haben. Das Spiel ist genau wie vor fünf Jahren. Ne, es gibt jetzt einen Schock, oder? Ja. Ja, aber... Mikrotransaktionen. Nice. Ich weiß nicht, ob das Mikrotransaktionen sind. Keine Ahnung. Einfach behaupten. Ich wollte den Spurshop öffnen, der ging nicht. Dann hab ich einfach die Beta Spur genommen. Ich denke mal. Guck, der Mate wollte hier was kaufen. Man kennt ihn. Nein, ich wollte mal gucken, was gibt's. Welche Spur hab ich denn noch nicht? Einfach nur mal gucken, was es gibt. Nur mal in die Recherche gehen. Um zu wissen, was man ihm kaufen könnte. Ne. Was muss ich denn im nächsten Stream erwähnen? Oh, guck mal. Da gibt's ne neue Spur. Niemand kauft hier Sachen. Ja doch. Niemand stimmt nicht. Aber... Nicht so viele wie ihr tut. Ja. Wollo hat ne Wischlip. Der kann ruhig sein. Ja, echt mal Wollo. Woll, wo hast du deine Maiskolben her, Alter, ne? Guter Stimpf. Scheiße. Nein, immer noch nicht. Aber ich, ich hab inzwischen. Aber wenn wir, wenn wir dann mal können, dann haben wir Halter dafür. Dann kommt der Moment, wo du sagst, Leute, ich hab hier welche. Und dann sagen die, boah, kein Bock. Ich nehm mir so in die Hand. Das Ding wird halt sein, ne? Wir machen die Maiskolben auf den Grill. Und dann wird irgendjemand dann nachher sagen, oh scheiße, jetzt muss ich mir die Hände damit einsauen. Und dann sag ich, kein Problem. Dann glänzt ich nämlich. Und dann findest du die nicht. Doch, ich weiß genau, wo die... Ja, im Bestekregal, äh, Schublade ganz unten. Noch verpackt. Noch verpackt in der Küche. In der Schublade. Meiner sind inzwischen ausgepackt. Meiner sind ausgepackt und benutzt worden. Sogar schon in der Waschenschine gewesen. Geil. Waschmaschgeschenkt. Ja. Kamerle mit Waschpulver sauber, Mann. Na? Nimmst du da Waschpulver oder was für dich? Seitdem sehen meine Klamotten auch viel besser aus, seitdem die drinnen waren. Oh, ich wollte den nicht auf Wollo machen. Das war so fies. Ich hab gar nicht geguckt, wenn ich ihn mach auf. Mal's auf die einfach vorbeigehen. Ja, what the fuck, Alter, du wolltest mich töten. So hart getotcht. Oh, scheiße. Ah, das wär fast schief gegangen. Ah, ich will's ja doch spannend machen, ne? Du bist es. Ne, ne. Das ist Kornel. Wolltest du sagen. Ich soll schon wieder zwei Punkte. Ne, weil ich Matchpoint hatte. Oh, komm Kornel. Machen wir jetzt nicht so ne Hektik. Oh. Stark. Mit ner Kiste geblockt. Mhm. Springt der rein. Guck. Alter, hab ich auch nicht. Wenn das absichtlich schuhe. Oh mein Gott. So eng. Nice. Boop. Oh. Oh. Nein, nein. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wenn ich das nicht kriege. Ich weiß nicht, wenn ich das nicht kriege. Ja. Der ist stark. Oh. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es springt dir zu. So unfair. Ja. Ja. Nicht, nicht schlecht. Ja. Und ich habe die falsche Richtung. Ja, in dem Fall habe ich es auch gesehen. Ja. Ja. Hallunkel. Ist er. Oh. Danke fürs aus dem Wink räumen. Oh du hast ein gutes Item. Du musst dich einsetzen. Nein. Ich hasse dich so sehr. Ich hasse dich so sehr. Alter. Hauptsache anderen den Spaß kaputt machen, ne? Ja. Wir wie Miesepeter sitzen an sowas. Kennen wir. Wer ist eigentlich Miesepeter? Ist das auch so ein... Ich. Hallo. Kennst du die Geschichte nicht, Alter? Das ist die Geschichte von mir. Meine Kindheitsgeschichte. Scheiße, Alter. Ist der Junge, der den Jojo klaut, Alter. Achso, das ist eine Kindheitsgeschichte. Ich dachte, das wäre die aktuelle Geschichte. Ja, auch. Da hat sich ja nichts verändert, ne? Das ist die Fortsetzung. Du bist halt, äh, hier immer die. Das ist heute Teil 395. Ach komm schon, Johnny. Den jetzt wieder wirst du es gönnen können, den einen. Ja, aber ich werde fast gestorben. Trotzin. Ich bin erster dadurch. Oh fuck. Hab dich. Er hat immer die guten Items, ne? Hab dich. Ich mach fast nie was mit Items. Ich hab nie Items. Es ist reines Movement Corner. Ich muss mal ne Scheibe von Abschneiden. Na komm doch. Huf doch. Ja, siehst du, wieder ein Item. Oh, das fühlst du aufregend. Ja, ich war gar nicht getroffen. Oh, oh. Fuck. Was sagst du denn da für ein Timer? Äh, dann fängt er ab, Bildschirm an, kleiner zu werden, und keiner zu spielen. Ah, okay, okay. Wir sind so gut, ja? Ja, gerade sind wir gut. Nein. Ja, Wollo kommt auch langsam rein. Ich merk. Mhm. Der kriegt jetzt auch wieder die Haken hin. Wollo redet auch gar nicht mehr. Der ist jetzt... Ja, ja. Der ist im Kriegmodus jetzt. Oh. Fuck. Na, ich hab Wollo jetzt in die Bredouille gebracht, das ist immer neuernd. Ja, das war... Komm von mir. Nein. Ich hab auch Hunger. Alter, der ist nicht. Nice. Oh Gott. Das ist auf einmal noch eskaliert, als alle gestorben sind. Mhm. Ich hab mir damit nicht gerechnet. Oh. Als ob ich doch einen Boost von vor meinem Tod hatte. Ja, ja. Überhältst du. Alter, taktischer Tod. Ich glaub, Eintas fällt man auch, oder? Ja. Ja. Potschi. Eben auch die was bedeutet. Ja, natürlich mach ich was bedeutet, wenn ich welche hab, so als würd ich die so ignorieren. Soll ich nur deine Doppelmoral da. Nein, 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 nein. Nice. Zwei Mal. Aber ich hab ne Wutte? Wie? So ne Dreck, Alter. Wenn ihr euch duckt, könnt ihr den Haken ausweichen, ne? Oh, ach so. Ist mir gar wieder eingefallen. Das haben wir euch zum ersten Mal in meinem Leben. Nein. Haben wir es selbst schon. Nee. Ich werde alle Parts durchgucken. Dann wirst du sehen, dass du mir nicht geglaubt hast, dass das Cordon Bleu nice ist. Das kann sehr gut sein. Als ich das gegessen habe, Johnny musste ich aus Vorderdicht denken. Oh nein. Das ist das richtig Gute. Johnny hat gesagt, dass das vegane Gute ist. Oh nein. Nein. Es ist übel gut. Es ist super gross. Boah, shit. Reganus Cordon Bleu. Ja, mit Rügenwalder. Ja, mit Rügenwalder halt. Aha. Projekt empfehlen. Da hab ich gleich Doppel gewonnen. Ah, da sind wir durch. Da sind wir durch. Glückwunsch. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. ας